Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Ja, heute geht's im Video Schnelldurchlauf durch unser gesamtes Portfolio. Fangen wir einfach mal gleich an. Und zwar mit den Schulungen. Backup aber richtig, so werden deine Daten zuverlässig gesichert. Ja, auch Ordnung muss sein, bringe endlich Ordnung in dein Chaos, Papiere digitalisieren und Dokumente richtig verwalten. Tabellenkalkulation mit Excel. Endlich, einfach und wirkungsvoll. Ja, du suchst gute Ergebnisse in wenig Zeit. Ja, fokussieren statt viel probieren. Das Dauerthema zur Zeit. Eine Schulung zur Computersicherheit. Wer oder was ist Linux? Linux zum Kennenlernen. Was ist Linux? Wofür ist es gut? Der Passwortkurs. Gute Passwörter erzeugen und verwalten. Präsentiere wie Donald Trump. Mit wenig Aufwand, viel erreichen. Lerne, wie man richtig präsentiert. Social Media für Firmen und Selbstständige. So wird der Auftritt im Internet ein voller Erfolg. Eine Grundlagenschulung zum Computer. Von Anfang bis Zukunft. Lerne den richtigen Umgang mit dem Computer. Ja, die Dienstleistung. Neuer PC oder Server gefällig? Frag uns. Konzepte zur Datensicherung. Ganz, ganz wichtig. Nie vergessen. Netzwerkanalyse gefällig? Wenn ihr Probleme habt im Netzwerk, frag einfach nach. Probleme beim Umgang mit Windows oder Office, das schulen wir genauso. Ja, und Schulungen natürlich eine große Anzahl. Wenn irgendwelche Fragen sind, wenn deine Schulung nicht vorhanden ist, frag uns einfach. Sicherheit vor Datendiebstahl. Unheimlich wichtiges und großes Thema. Gerade in Bezug zur neuen Datenschutzverordnung, die ab nächstem Jahr in Kraft tritt. Wartungsverträge für Firmen. Vorteil? Günstige laufende Kosten und eine super funktionierende IT-Infrastruktur. Nicht zufrieden mit dem Computer? Frag die Firma GreenSecure. Neuer PC, aber kein Geld? Frag nach dem Second-Life-PC. Für Senioren Sicherheit im Netz. Für Senioren Computer lernen ganz einfach. Oder Smartphone lernen ganz einfach. Ja, und dann kommen wir zu den Projekten, die wir gerade haben. Und zwar ist das einmal das Schülerlern-Excel-Projekt mit der Edith-Steinschule in Bremerhaven. Wir kaufen deinen alten PC. Sag uns, was drinsteckt und wie viel du haben möchtest. Und ab geht's. Ja, natürlich mein leidenschaftliches Projekt, mein Blog, mein Podcast. Hör ihn dir an und du wirst regelmäßig über Neuigkeiten erfahren. Seminare, die wir anbieten. Dass die Sekretärin in der Tasche effizient arbeiten mit Smartphone und Computer. Was können Eltern tun? Kinder und Jugendliche am Bildschirm. Ganz wichtiges Thema. Wenn du wissen möchtest, was du tun kannst, damit deine Kinder nicht den ganzen Tag davor verbringen, erarbeite mit mir und den anderen im Seminar zusammen die Grundlagen dafür. Und natürlich gibt es dieses Seminar, diesen Kurs auch als Hörbuch-CD und als Buch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und natürlich warten in der Zukunft viele neue, weitere Ideen darauf präsentiert zu werden. Ja, danke schön. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.